Musik Hallo Leute, willkommen hier zum Video am 14. Jänner und heute hat der Gamer LB Geburtstag, alles gut der Gamer Ja, wir spielen wieder eine Runde Survival Games, weil ich muss das jetzt hier ganz schnell am Abend noch davor aufnehmen Ja, weil ich muss, weil ich hab nicht mehr so viel Zeit, weil der Gamer feiert Geburtstag und ich muss hier für die Party Ich muss fortproduzieren Eine Kiste, nee, die anderen sind unsichtbar Die anderen sind unsichtbar Und die anderen wissen es nicht mal, ihr dummen Köpfe Also jetzt nicht viel, sondern nicht viel Okay, hau ab, nicht alle Ich werd gleich schon geboxt Alter, wie viel Leben hat ihr dir abgezogen? Ey, ihr schreibt, es war gleich Hacks Ach, egal Nein, Spaß, war nur Spaß, aber ich bin direkt gestorben, Mann Das war die schnellste Runde Das war die schnellste Runde aller Zeiten Wir spielen wieder eine Runde Slash Vote Achso, nee, ist ja schon vorbei, stimmt Ja, wir spielen Ja Wir spielen wieder eine Runde Ophala Nicht geschafft, ja Wir spielen wieder eine, wir spielen jetzt eine zweite Runde Wir werden drei Runden spielen, weil die erste so schnell verging Ja Drei Runden Survival Games Äh, ich hoffe, ich schaff das überhaupt alles hier Ja, hier ist nix Oh, Kuchen Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht Einfach los hier, Leute Einfach losrennen Da, warte mal Holen wir uns denen Hey, der holt mich, der holt mich Ach, doch nicht Jawohl Der holt mich, wollte ich schon sagen Nein, der holt mich Ein Kill und ein Tod Ein Kill und ein Tod habe ich schon mal gehabt Äh, gemacht Ja, ist auch egal Ich hab den richtig bei der Kiste gekillt Ähm, Texture Pack ist das Chroma Hills Texture Pack ist Chroma Hills BenQP, BenQP, BenQP ist übrigens eine viel Firma, viel Bildschirme und so Angrissteug auch noch, aber ich hab, ich hab davon Bildschirm Es war Werbung, aber Leute Hey, der ist auch runtergesprungen Ne, das ist im Wasserfall Und der ist hier runtergelegt Das ist hier runter Warte mal, wenn er wiederkommt, den Hohen Dann hol ich mir Da ist eine Truhe Da muss ich wirklich aufpassen TNT Da muss ich wirklich aufpassen So, jetzt bin ich ja wieder Boah, oh mein Gott Ihr könnt ja auch bald Jump League spielen oder so irgendwas Weil die Sound hier sind auch wieder so laut Mann, ich mach die Sound Ich mach die Sound einfach aus, weil ich hab keine Lust jetzt die Sounds hier zu hören Was ich hab TNT sogar Ich kenn mich mit dem Texture Pack jetzt überhaupt nicht aus, aber Ein Eisenhelm Habe ich echt Achso, ich kenn mich mit dem Texture Pack hier nicht so aus Ist natürlich schade, aber ich wollte, ich wollte Aber ihr seht, ihr habt trotzdem Hier, nehm ich überhaupt auf, weil mir kommt das grad Ne, ich nehm auf Ihr seht einfach, ich hab 200 FPS, obwohl ich aufnehme Das kam mir grad echt ein bisschen komisch vor Weil 200 FPS hab ich ja Zwei Spieler leben noch Ich glaub der zweite Der ist ja da drüben Deathmatch wird aufgerüstet Was? Deathmatch wird gestartet Ich muss mich ausrüsten Aufrüsten? Ja, muss alles hier Aufrüsten? Ich hab nix Ich hol mir jetzt erstmal ein bisschen Zeug Vielleicht ein Schwert, ein Steinschwert wär schön Weil ich brauch schon ein ordentliches Schwert Hier ist nix Eisenachs 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 ist wirklich Ist ne Stein, ist ne Steinachs Ja, Eisenachs ist besser Ja 30 Sekunden, eine Eisenachs kann schon Ist glaub ich, Eisenachs ist glaub ich so gut wie Steinschwert Ich hoffe der Typ ist irgendwo in der Nähe Damit, den, den klatschen wir Leute Den, den, wenn ich die Runde, Leute, wenn ich die Runde gewinne Ey, dann, 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 äh, gibt auf jeden Fall ein Like Also gleich Gib n' Like bitte, Leute Weil irgendwie, geben mir so wenige Leute likes Ich versteh's auch nicht Irgendwie nur 3, 4 Leute Oder 5, man mal Oder noch bisschen mehr Wie, wie gut ist der Typ equipped? Bestimmt, unsichtbar Bestimmt, unsichtbar Bestimmt, full iron Ach so Der hat fast gar nix Der Typ ist ein lause Bub Der Typ bis aus den 80ern noch Gewonnen, Alter Das war doch easy Das war doch ne einfache Runde, Leute Ich würd' sagen, das war's Ne, oder ich mach einfach noch ne eine Runde Kann ich das nicht mehr aufmachen? Wie lang haben wir aufgenommen? 4 Minuten, Alter Das ist ja viel zu kurz Für ne Runde SG Ja, wir haben gewonnen Ist super Ja Da gehen wir nochmal hier rein Oder kann ich Ne, da kann ich gar nicht mehr rein Äh, schade, dann gehen wir einfach mal Hier in eine Runde geh ich noch rein Ich hoffe es geht gleich los Ja, geht ja eh gleich los Gleich mal voten Was nehmen wir denn hier jetzt hier? Fall fort nehmen wir einfach mal Äh, zwei Votings Hat die Map schon Ja, was ich erzählen wollte überhaupt Äh, hab ich gar nicht erzählt Ja, unsere Schule war voll mit Wasser im Keller Ich weiß nicht Wenn Vielleicht Wenn jemand in Österreich wohnt Der hat's mitbekommen In meiner Schule ist komplett alles Äh, die ganze Schule Die ganze Schule ist explodiert, Alter Hab ich schon gedacht Alter Und äh Also es war Dienstag Das war gestern Ne, vorgestern Wenn ihr das Video guckt Von mir Ich nehm was grad Mittwoch auf Ne, im Internet kann man es auch noch finden Ich glaub ich Vielleicht hau ich nen Link rein Ich glaub nicht Aber Ich mach Ich glaub ich mach's nicht Weil da steht der Ort drin wo die Schule ist Das will ich nicht Ähm Lieber nicht Oder Das wisst ihr alle wo ich wohne Und das möchte ich ungern Ne, voll von ConCrofter geklaut Nein Spaß Ja, aber das kann ich doch Das kann man doch auch so sagen Natürlich Weil ich möcht das wirklich echt ungern das jetzt hier Aber Wenn ihr nicht willst Einfach Ihr gebt einfach Ihr könnt ja auch Ihr könnt Hier hat's schon wieder ein Aber du hast mir eine Runde gewonnen Eine Runde hab ich immerhin gewonnen Das ist jetzt nicht so Da ist ein Typ, da ist ein Typ Ich komm nicht weg Ich komm nicht Boah Alter, wie weit der mich geboostet hat Ich muss abbauen, ich muss abbauen Da noch ein Typ Ich geh zu dem Typ hin Nein Jetzt kämpfen die Zweier Team Zweier Team Teams sind wirklich Will der andere mich immer verfolgen Dann geh ich zu dem anderen Typ Da Ja, ich will erst die kämpfen Ich will nicht kämpfen gegen den Typ Ich hab nicht mein Schwert Das ist jetzt wirklich echt blöd Samstag Wie wieder Train Simulator Da ist noch ein Typ Das sind so viele Leute gerade Ja, ich bin down Ja Geht einfach nicht, Leute Ja Aber ich hab zwei Kills Wie viele Kills hab ich denn gemacht? Einmal gestorben Dann noch einmal Einmal gestorben Zweimal gestorben Und äh Zwei Kills glaub ich Oder drei Kills Ne, ich weiß gar nicht Ja, schreibt in die Also ich Schreibt mal in die Kommentare Ob ich auch wieder mal mitzugehen Ja, der Gamer wird auch bald wieder dabei sein Bei der neuen Folge wieder Ich glaub hier werden Bad Wars hat mir jemand geschrieben Ach Sky Wars hat mir jemand in der Schule gesagt Ja, es kennen mich In der Schule kennen mich einfach so viele Leute Jeder spricht mich an Ey, der Korfa ist hier Ey, ey, ey Jeder Jeder Ja, ich weiß, da bin ich letztes Mal auch schon hochgelaufen Ich kann mal hier ein bisschen rumgehen Ich kenn den ganzen Server noch nicht ganz Hier ist 64 Survival Games Achso, hier kann man einfach rumgehen Dann kommt man hier zu den anderen SG auch Hier, warte mal 24 und hier drüben sind die 8er wahrscheinlich Hier sind die 8er SG, oder? Ja, das ist in der Runde 8er SG Ja, ich wollt einfach ganz schnell noch eine Runde SG aufnehmen Es ist was 21 Uhr 21 Uhr Ich muss das jetzt hier schneiden Ja, auf jeden Fall Dienstag mussten wir nicht in die Schule Einfach so geil Mein Freund hat gesagt Was? Wie schön hast du, ey? Mein Bruder hatte auch mal schulfrei Aber dafür ich nicht Und wir haben dafür wann anders Stromausfall in der Schule? Weil so viel Schneid hat aber das war nicht Stromausfall in der Schule? War das echt? Ja, Stromausfall Dieses Jahr? Ja, aber man konnte trotzdem in die Schule gehen Also dieses Schuljahr? Nee Oder letztes Schuljahr? Nein, ich mein dieses Ach, egal Leute Wir sehen uns heute Wir sehen uns einfach morgen Morgen Da haben wir noch Shader und Texturen Packs und alles Weitere Ich hab hier schon ganz viele Texture Packs Ich hab jetzt hier eins runtergeladen Jolly Craft finde ich jetzt nicht so toll Aber ich hab's trotzdem Und Specs hab ich mir jetzt neu runtergeladen Für die Version 1.8.4 Ich weiß nicht, da gibt's hier glaub ich irgendwie nicht neuer Ja, da ändert, da ändert Ich hab die 1.8.9 Version Ok, ich beende jetzt die Folge Tschüss Bis gleich im Playstation Video